Hihaa, Buenos Dias, Buenos Dias, es ist morgens alle liebe Freunde. Es ist noch einmal für den 20. Und wir wollen von den Männern auch lunches merken, oder Tortas. Ich will wissen, was wir dort waren, aber dort wollen wir die frische, mexikonische Braut backen. Dort nennt sich Bolillos. Das ist eine spezielle Pane oder spezielle Zweiböckchen. Schmeckt sehr schön für dort, was die Männer wollen merken. Und das ist so einfach, da kann man eben den Maul und den Schall nicht merken. Du sagst, das Ding wird verbrückt. Wo in den Wiesn wird es, dann wird es dicht merken, dann wird es backen, dann wird es abschneiden, dann wird es Fleisch verschen. Und dann haben wir lunches, sandwiches oder Tortas. Und das hier in den Wiesn. Sehr einfach. Hier werde ich in den Wiesn, was wir hier verbrücken. Hier haben wir drei Küffel Wittet Mehl. Hier haben wir ein Eetlepel Hew. Drei Hew. Ich habe einen halben Eetlepel Sonne, was der Busig gemacht hat. Und einen halben Eetlepel, was der Saag gemacht hat. Und hier haben wir ein Teilepel Salz. Hier haben wir zwei Teilepel Socke. Und hier haben wir 1,5 Eetlepel Schmurz. Ihr könnt sonst Schmurz brücken, als ihr wollt. Und hier haben wir ein Küffel Wutter. Jetzt werden wir das Erdieren und Dich merken. So einfach es ist das. So, ich wollte euch mal wissen, wo einfach das Essen Pan Blanco Dich erdieren. Hier haben wir das Mehl. Die Hew hier ein bisschen in. Socke. Salz. Dann dauert ein bisschen Dich erdieren. Und das ist da. Dann nehmen wir das Wutter, da wir das hier nehmen. Einen Küffel, warm mit Wutter. Dann rühren wir das ein bisschen durch. Und dann nehmen wir das Schmurz. Einen halben Eetlepel Schmurz. Und dann fangen wir an den Dich an. Dann rühren wir das ganz durch. Knäden das durch, was wir fein Dich haben. Und wenn wir den Dich hier fein gemerkt haben. Dann werden wir den für 10 Minuten schneiden. Und dann werden wir wissen, was wir das nächste machen. Na ja, und ihr seht mal. Die haben den Dich geschmackt. Der geknäht für 10 Minuten. Dann haben wir den hier in dieser Kamm näher. Und dann werden wir den für eine halbe Stunde gehen. Und dann lassen wir den Meier-Mass verdoppelt. Und dann werden wir Bolligius gemerkt. Dann werden wir von der Säuzei schön schmecken. Okay, wir haben den Dich ja 40 Minuten gegangen oder so. Schau mal. Oh, 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 oh. Das wird jetzt sehr schmecken. Jetzt werden wir die Bananen Bolligius gemerkt. Oh, 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 oh. Das wird fein. Jetzt werden wir uns hier ein bisschen so ein Roll gemerkt. Und dann werden wir dort für ein Stück Pfiff Bieter verdäumt. Das ist für Freie für Pfiff Pan Blanco. Ich habe das letzte Mal Säßchen gemerkt. Und das wir meistens ein bisschen zu den Kleinen. Oh, das wird vielleicht auch nicht ganz. Ja, wir haben es sehen. Dann werden wir die Ola-Glicken-Groben gemerkt. Und dann werden wir die abrollen, damit es schmackt. und dann werden wir die runde und ein bisschen aufknicken. Checkt man. Oh, 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 oh. Dann werden wir die Ola-Glicken-Groben gemerkt. Und dann können wir wissen, wie das ist, wenn ich Ola-Glicken-Groben gemerkt habe. Okay, dann werden wir die Ola-Glicken-Groben gemerkt. Und dann werden wir hier ein Kleinen-Bärstchen verstanden. Dann nehmen wir einen, dann dauern sie das. Dann ragen wir das Kleinen-Bärstchen aus und dann dauern sie das. Dann werden wir die Ola-Glicken-Groben geraten und die Ola-Glitten. Dann bleiben Sie in eine警ats囉. Dannisasch im In 밑. Dann bleiben Sie darauf. und 2018 wird mit einem internationalen Wert steifen festgext. Dann bleiben Sie in die Inne Knoll. Dann bleiben Sie auf, Was du in der Hand? Wir sehen Sie. Hier werden wir die Ola-Glicken-Groben geral, du hast es dort, klipp erst du dein Räten, dein Läppet, du warst es dort, du warst, dann warst es dort, sei er in Top-Line, du warst, klippte mal, klippte mal, geragte es dort, und dann lege ich den Ewa, und dein Pommes ist dort, du warst, klippte mal, und dann war dir alle es dort, wo ich noch einmal will, jetzt ist esitos, hier ist es da, du warst, und dann hier wird es dort, und dann war es dort, sei er eng, abroll, krakst es dort, und dann roll den es dort, weiter, du warst, du warst, dann klippe es dort, du warst, du warst, du warst, du warst, du warst du in den Nude, du warst das Nude, du warst, was du gesagt, was du warst, fern okay die kickte mal die haben die hier so alle tipp gerollt ist für die wellen da wo wir den betrunken spreiden und da wo wir die looten so lange gehen, da wo wir den oven abheben haben bei 360 grad fahrenheit da wo wir die backen, für neue fern steckt 22 23 minuten okay, jetzt haben wir die Plästecke jetzt hier 45 minuten gegangen, checkt mal, wow, nu wollen wir die soja, soja abholen, dann wollen wir die sachen überrollen, die kickte mal, dann wollen wir die überkoppeln nehmen, starten ein bisschen fest, das sind sie nachher zu sehen, die schlupen, dann wollen wir die hieße stippen nehmen und äh, alle andere streben, die wir kopp drehen, krieg es auch, und dann wollen wir sagen, wir haben den oven abgedreht bei 360, du, krieg es auch, und dann wollen wir die backen, dann steckt 22, 23 minuten, wollen wir die hieße bestrehen mit Mehl, du kriegst es dort, und äh, wenn wir die nut, nun nachher drehen, dann wollen wir ein bisschen absploren, und dann wird das krack, was wir wollen, da sind die klack, das ist der mexikonische Pan oder Bolillos, gut, nu wo ich in die Wiese, wo das ist, wo ich am oven endau, und dann wo das ist, wo ich goe sein, okay, Temperatur ist 360 oder 350, ich kack dir mal, nu wohnen die hier näher, und dann haben 22, 23 minuten, dann werden wir sagen, wo das ist, dankeschön, okay, nu kack dir mal, 24 minuten, oder so, kack dir mal, und dann, woat leid ihr? ZEIER, CHANIER, NIEU ALBE LONCHES MIA Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. 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 BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Wenn wir die E-Ther machen, können wir die E-Ther machen und die E-Ther machen. So, jetzt ist es, dass wir die E-Ther machen können. Hier sind wir die E-Ther machen und die E-Ther machen können. Hier haben wir die Mexikonische Kork. Einmal hier in das Glas Wien, aber wir waren dann von der Mexikanische, guck! Aber dann haben wir noch ein bisschen Salzbier. Ich habe es vielleicht vom Wetter, aber ich habe gleich noch ein bisschen Salzbier. Und die Tröbergeschehe habe ich von dir gebacken, das ist ja noch warm. Bloß Säuerschein. Ich habe die Meeren Wetter. Wir waren noch ein bisschen Salzbier. Was? Ja, ich habe die Grunde gesagt, dass ich hier nach Mexikanische, die Langerie der Rangl ist. Wow! Das war die Zaubergegenheit. Das war's mir die Glück, wenn ich mich über die Eurentechnik habe, dass wir nach Mexikanische, die Langerie der Rangl ist. und die Pepsie-Stelle durch die Wolle, die Klacht und die, was die Bärme sagt. Die haben die Peperschaut und die Geräte Gläser. Das ist eine Art Coverschapen, die viel zu wollen, weil wir eben das hier haben. Da war aber die Peperschaut noch nicht gebrochen. Ich hatte halt alles, wo noch ein Geräte Gläser voll. Aber, ich möchte das hier sein. anyway, ich mochte es hier mit etwas nicht zu holen Start an Bitsar, Ruth Das war die Vernunft hier, Rottam Oh Mmm Hope you met den Rock Dankjewel Musik 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 Musik